So, meine Damen und Herren und dann herzlich willkommen zurück zu SMBX 2.0. Wir machen weiter mit Klo Noah. Im Klo... Alles klar, arbeitet der im Klo? Ja okay, ich war schon immer witzig, wisst ihr. Alles klar, das sieht mir jetzt ein bisschen komisch aus. Lolo, ich kenne das Spiel also gar nicht, also versucht mir hier nicht irgendwas anzusetzen. Aber wenn einer von euch das kennt, schreibt es mir mal in die Kommentare, wie das Spiel heißt. Ich gucke mir das auch mal an. Lolo. Hey Klo Noah, it's been a while, can you remember how you used your wing ring? Try to pick up Moose, which it owns your caring one to grow, give it. Okay. Wie mache ich das denn? Ah, okay. Ah, okay, so funktioniert das also. Gucken wir mal. Butter, cool. Sieht ein bisschen komisch aus. Okay, machen wir weiter. If you pick a Moose, jump while in the other, weiß ich. Okay, don't forget, you can flap your ears, stay in the air. A little bit long. Okay. Boah, das ist doch knapp. Ach, habe ich gerade nicht extra so gemacht. Nein. Ach, schau, ich wollte gerade den Rubin noch annehmen. Nur diese Flowers let you shoot when you fire, Throne, move. Ah, cool. Ich glaube, ich muss noch näher rangehen. Warte, so. Ah. Okay, das ist eigentlich eine echt coole Idee. Okay. Boah, Alter. Okay. Waiter. Witch this leaf, your flutter, It's slightly higher, and you can glide, you can also use your snowboard to run up. Ach so, okay, rennen, 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 rennen. Was war das denn gerade? Alles klar, ich habe einfach mal gar nichts gemacht, ich habe einfach nur auf springen gedrückt, und der wollte einfach gar nicht. Jetzt sage ich, ich muss von neu beginnen. Doch. Alles klar. Wie war es denn? Okay, so wo war ich jetzt gerade? Das ist ja voll schwierig, das Spielchen hier. Genau, das hier war das. Ach so, hier muss ich auf rennen drücken. Ja, das ist ja total fies, ey, so was mache ich. Stimmt nicht. Okay, dann machen wir mal weiter, ob ich das noch schaffe. Ich kenne diesen Typen nicht mal, aber der sieht halt irgendwie so süß aus. Genau, genau, hier müssen wir ja die Dings-Attacke machen, also bekommt halt so ein Tutorial für den. No, jetzt versperre ich hier den Weg und bam. Und dann kamen dann diese komische Blumen und da ist einfach ein Dreier-Mond. Oh nein! Wahrscheinlich ist erst da ein Checkpoint! Ey, das ist ja wirklich mies. Ey, das ist unfair. Ja, dann mache ich das nicht mehr mit, das Spiel, also... und da ist ja auch. Ja, damit man mich auch mal hören kann... Da spiele ich ja auch. Da-da-da-da-da-da! da da was sind gerade h Also irgendwie rastisch gleich aus. Was war das gerade? Oh ne, kommt schon wieder her, Mandy-Bahn. Dann wollen wir hier rüber. Jetzt ist er 0.165, friendships. Okay, und BAM! Oh Gott, das war doch blöd, oder? Nur eigentlich war ich gar nicht mal blöd. Oh, du blöder Mistkerli! So ein komisches Viech, Alter. Ich krieg' deine Blume geschenkt. Vielen Dank für die Blumen! Vielen Dank, wie lieb von dir! Manchmal spielt das Leben verrückt mit Katze und Maus. Ich muss von hier hinten aus starten, ne? Von hier aus starten und jetzt renn, 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 renn. Ja, wie willst du denn da hinkommen, wenn diese Füll dich auch noch abpfeifen? Hm, ey, das ist Betrug. Also, ne, sowas spiel' ich nicht. Also, das ist mir viel zu unfair. Na dann halt Rosalina. Ja, aber wie willst du auch daran vorbeikommen, wenn nicht diese komischen Vögel auch anpfeifen? Das ist bestimmt, ich hab' Rosalina ist das Einfachste. Da, 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 da. Und Super Mario gehört nicht mehr. Mama, is she going to be okay? Nee, ich bin nie okay, verstehst? Mama, don't forget you can double jump. Verzeiht mir, verzeiht mir das, das ist halt mein Hund. Okay, was seh' ich? Hier sind sie einfach mit Wurms und mit Rosalina. Ist das richtiger Spaß? Was? Aaaaaaahhhhhh Okay, also der Balken ist jetzt auch voll. Wollte ich es machen? Ah, jetzt habe ich mal... Oha, ich bin Regenbogen. Oh, achso, hier ist ein Turm, der damit reden kann. Ein Melider auf das... Ich bin Regenbogen-Rosalina. Ich glaube, ich sammle mal die ganzen Sternteile ein, damit ich auch keinen Ärger kriege. Oh ja, das garantiert nicht, ihr komischen Viecher. Perfekt. Da, 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 da. Hä? Ich konnte halt nichts machen. Alles klar. Jetzt ist irgendwann ein Toad, der gefangen wurde. Alles klar. Was haben wir denn da hinten auf der Ecke? Ich glaube, nichts Gutes. Ne, ne, ne. Wir gehen lieber auf die Seite. Wir gehen lieber auf die Seite. Das ist mir viel zu gefährlich. Ja, okay, mit Rosalina zu spielen, ist wahrscheinlich auch easy, ne. Vor allem, die hat halt auch die Herzleisten wie Piech. Oh, oh, Feuerblume. Äh, Piranha quasi meine ich. Feuer, 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 Piranha. Oh, da, 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 da. Schöne, schöne Sache. Hemd den teilen. Ah, es ist gar kein... Ah. Das sind Metroid-Röhren. Was machen die hier? Okay. What if you... There... Ach so, is that Rosalina? Ich bin ein Idiot. Hier kann ich noch Sternteile sammeln? Okay. Ach so, hier unten geht es weiter, oder wie? Mama, if you press select, you can make your fireballs in... Home on... Ah, cool. Ah, select the shift, okay. Perfekt. Perfekt. Okay, wie geht's denn hier weiter? Oh, crap. Das sieht jetzt nicht sehr wundervoll aus, oder? Okay. Mann! So dumme Einrastfunktion. Wieso? Hä? Wie macht man das denn? Mann, diese Einrastfunktion! Ich hack die gleich! Wieso? Wieso? Ah, okay. So geht das also. Also... Schiff macht mich noch krank, ey. Ich glaube, ich sollte mal mit der Einrastfunktion, die sollte ich die aktivieren. Was war das gerade? Ach so, da kann ich schießen. Was mal mit, das mal spät. Wow, ist das denn? Oh, das, 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 das sieht, das sieht cool aus. Mit Eis, so, so graue Haare, alter. Mama, don't forget your ice balls can home too. Okay. Oh, schießen. Okay. Äh, ja, wie kommt das, wie geht das weiter? Äh, ja. Ich glaube, das war ein bisschen zu weit. Und jetzt, jetzt, schießen, schießen und direkt und... Nein! Hier, jetzt, schießen, schießen. Okay, select und jetzt... Och, der hat ja doch gerade noch berührt. Ah! Okay, hier drunter und das select und schießen. Och, ich bin immer zu spät, man. Ja, bitte nochmal von neu. Also, jetzt. War gut, oder? War das gut, war das gut, war das gut? Hallo, kommt da jemand? Ach so, hier. Okay, so. So, wieder zu weit, oder? Und so. Ah, so kommt man also weiter. Okay. Oh, der Hammer ist gut. Mama, your bombs stay in the air unless you press select then they... Ah, cool. So, ich muss halt... Ah, okay. Jetzt muss ich immer mit Shift arbeiten. Oh, das war dumm. Hä? Hä? Oh, fuck. Ja, das ist fies, das ist fies, das ist fies, das ist fies mit der Dings. Ich glaube, da musst du auch immer... Naja, ja. Das ist am fiesesten, also. Aber warum müssen die auch so schwer sein, diese Level? Also, das verstehe ich jetzt nicht. Warum können die die Level einfach nicht so easy machen, dass man das wie ein SMBX-Episode macht? Aber so kennt man die halt nicht. Das ist halt... Ja. Blöde. Und öde. Und scheiße. Und hast du nicht gesehen. Nehmen wir halt mal den Weg hier. Mal sehen, wo der mich hinführt. Oh, okay. Fühlst du mich denn hin? Okay, hier ist ein Block. Pilz. Komm schon zu mir, mein Gesichter. Ja, guter Pilz. Äh, ja, wo geht's denn jetzt hier? Ah, nein. Hammer, Bruder. Ah, ha. Ah, ha. Ah, ha. Aber warum kann Rosalina nur so, 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 so kleine Sprünge? Ist da etwas mit ihrem Gewicht nicht in Ordnung oder was ist hier los? Weil viele Leute leiden hier unter Übergewicht oder... Nee, ich glaube ich nicht. Glaub ich nicht. Und mein Gott, ey, ich habe beinahe noch verpasst. Oh Gott, oh Gott. Wuuu. Okay, also ich muss nach da unten. Ich muss nach da unten. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Wo war ich denn jetzt? Jetzt haben wir schon mal all die Schalter aktiviert. Was? 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Oh, du Scheiße. Das ist ein Computervirus. Computervirus. Ja, dann gucken wir mal, wie der Boss überhaupt funktioniert. Ja, dann gucken wir mal, wie der Boss überhaupt funktioniert. Das war jetzt blöd von mir. Ja, komm, spuck aus. Nein, 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 nein. Alter, wie viel von der Lämpfe leben hat der Typ? Ja, komm, spuck nur eins aus. Oder zweimal noch. Komm, ein paar Tresler, der muss noch ein paar Mal getroffen werden. Aber hier, der braucht nur die Hälfte auf ihn dran, sehe ich gerade. Ja, hallo? Hallo. Ah. Es war klar, dass er jetzt irgendwann stirbt. Nein, immer noch nicht. Und da ist er auch tot, der Fisch. Okay, gehen wir hier raus, mussten wir jetzt. Ein Metroid-Tunnel, ja. Ein Stern. Sieht ein bisschen aus wie der Judenstern. Oder da wird Stern nur wieder heiß. Schönes Merkmal. Wahrscheinlich soll das so eine Anlehnung an die Juden sein. Weil die auch immer so eingesperrt wurden. Es ist so kalt. Oh, dankeschön. Entschuldigung. Alles ist super. Brrrr, ich friere hier nur. Nein, 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 nein. Mein Stern. Ich wollte nicht. Ich will nicht sterben. Ich sterbe. Okay, dass mir gerade irgendetwas passiert. Mein, äh. Achso, okay. Haben wir auch geschafft mit Rosaline. Haben wir denn noch übrig? Ich glaube noch Snake. Genau. Samus und Onkel Brodsort. Wollen wir noch eins machen? Nein? Hm. Dann sehen wir uns halt in der nächsten Folge wieder. Bei Super Mario Bros X. Bis dann und ciao. Tschau. Tschau.